Tare auch und willkommen zu Let's Play Mario Strikers Charged Football Together auf der Wii mit... Anna und die Hollerö. Direkt hier vor haben wir den Gamecube-Up-Liga gespielt und das Sega-Football-beziehungsweise-Soccer-Spiel auf dem Gamecube. Und jetzt brauchen wir natürlich das hier noch im Vergleich. Ich bin sehr gespannt, wie ich mich gegen dich schlage, weil die letzten beiden Male habe ich ganz knapp verloren. Spoiler-Alarm. Achso, Entschuldigung. Okay. Die letzten beiden Partien sind halt sehr knapp ausgegangen. Können wir einen Bowser spielen? Gute Frage. Konnte man letztes Mal spielen? Wir wussten nicht, was ein freispielbarer Charakter war, ne? Achso, stimmt. Ich habe jetzt die Silhouette nicht mehr im Kopf. Geiles Bild. Der läuft ein bisschen komisch. Ist auf jeden Fall ein sehr episches Opening. Und wir haben wieder Gritter am Tor. Donkey Kong? Du hast noch keinen Fußball mehr davon ausgemacht. Ich würde auch sagen, das war jetzt ein Handspiel. Ich würde gerade sagen, was ist das denn? Das ist Buhu. Ja, ich würde sagen, das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Wie ist das? Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Mario, was das? Was war denn gerade für ein Flügel-Anime-Kram dazwischen, bitte? Ich glaube, das sind so ihre Super-Power-Fähigkeiten, die sie einsetzen können. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie das geht. Wie geht das? Gut, dass du fragst, also. Ich drücke A. Mario Strikers neue Datei erstellen, bitte. Was ich für uns traurig finde, man kann dieses Spiel weder mit dem Plastik-Controller noch mit dem Gameplay-Controller spielen. Man muss mit Remote und Nunchak. Hat aber durchaus Sinn. Weil? Du wirst es, soll ich es vorab schon verraten? Was hast du schon gespielt? Ein- oder zweimal. Das heißt aber nicht, dass ich es gut kann. Muss man auf irgendwas pointen nebenbei, dann muss ich ja vorbüllen. Zum Teil ja. Okay, Spieligkeit ist ja, ich wusste, wir spielen ineinander. Ja. Minuten drei, ist es eine Halbzeit oder ist es ein ganzes Spiel? Ich tippe auf ganzes Spiel. Ohms. Und wenn ich nachdem, 10 Minuten spiele. Mal, Spiellänge, drei Spiele, drei Spiele, fünf Minuten irgendwie. Ach so. Dann machen wir jetzt drei Spiele über fünf Minuten fällig. Ja, klingt doch super. Wähle Kapitän. Ich bin zu Hause. Ah, wir haben auch... Oh, ja, schießen und passen. Ach so, das ist ein Schießband passen richtig. Scheiße. Ja, dafür kann ich mich nicht bewegen. Ich glaube, es ist die remote zu laut. Warte mal kurz. Wollen wir mal leiser? Äh, hier, Refinition-Einstellung, dann kann ich die Lautstärke runter regeln. So, ja, komm. Ja, du brauchst jetzt nicht zwingend die Lautstärke. Äh, Angriff, Angriff. Verteidigung. Ach so, was für Charaktere man haben will. Zufall, Zufall. Ja, geben wir doch mal hier. Oh, ich habe einen Huch. Stärke, Stärke, Angriff. Spielwache, Spielwache. Verteidigung. Kann ich... Der Verteidiger vorne. Ach so, ach, man kann sich das nicht so aussuchen. Auch noch. Cool. Nochmal zurück. Wo ist zurück? Ja, in dem Ding. Äh, vorne. Ist das vorne? Nee, ich bin... Verteidigung ist da, oder was? Im Tor. Okay. Vieso ist das jetzt im Tor? Ich steige noch nicht durch. Ach, das ist super so. Ich habe mich entschieden. Ja? Ja, ich glaube schon. So, Mann, die Maulwurf. Was hat noch alles schönes? Jo. Ich will doch nicht Birdo haben. Willst du nicht? Nee. Ja. Willst du Birdo haben? Wer möchte denn Birdo haben? Richtig. Ich will Birdo haben, glaube ich. Du willst Birdo haben? Nein. Schießen und passen, ja, so einen brauche ich. Geht los. Ja, ich bin wohl offensichtlich Gast. Booms. Komplett hier nichts aus der Feminium? Habe ich jetzt so nicht gehört. Macht aber auch nichts. Äh, Pilzstadion? Achso, spielen. Achso, Pilzstadion spielen. Spielen. Spielen wir Pilzstadion. Ich habe eine Doppel-Null auf dem Rücken. Du hast, was du bist. Ist denn nichts los? Ich hoffe, du hast drei Nullen auf dem Rücken. Das kann ich gut. Ich höre für die Musik halt dazu. Oh, yeah. Geht schon los. So, was ist hier? Ah, das bestimmt passt, ne? Ah? Kann ich irgendwas? Nicht da hin. Mhm. Oh. So, nochmal mal Special-Kram. Hier, komm, wir haben wahrscheinlich, ist der denn? Nochmal zurück. Nochmal zu. Uh, rein damit. Nein, so doch nicht. Gut gemacht, Kriter, bester Mann. Kann man da was drücken? Was vibrierst du denn da? Dann war das doch doof mit Monty Wollhof. Ich dachte, du hast doch zu mir gesagt, das ist der Torwart. Das ist ja nicht, die ich da eingestellt habe. Als ich Torwart gesagt habe, habe ich zu mir was gesagt. Ich finde das geil, dass er den Ball inhaliert. Wo nehme ich denn den Ball ab, Mann? Achso, mit Wackeln, dann sag das doch. Mit Wackeln? Ja, ich muss wackeln, um den Ball abzunehmen. Aha. So. Man muss wackeln, achso, jetzt wackeln. Das ist toll. Vibriere so schön. Ich vibriere schön. Sehr gut. Wo habe ich den Itemparader und so? Das weiß ich nicht. Wieso weißt du das immer nicht? Aha. Was hast du gemacht? Ich habe auf C gedrückt. Warum? Weil ich es kann. So, jetzt macht man hier was. Oh. Stadion-Geräusche. Ganz klassisch. Ey, der ist ganz platt. Monty, mach auch ein bisschen hin. Oh, fuck. Der ist blöd im Pass. Jetzt merkt er, dass man den passt. Okay. Oh, was war das denn? Keine... Oh, zu langsam. Mach doch mal was Sinnvolles. Hier. Oh. Der ist zu langsam. Oh, Mensch. Was denn? Ich wollte ein Tor schießen, hat man nicht gesehen. Mach doch. Mach ich. Wenn es mir erlaubt, muss ich das. Jetzt bin ich aus für die Bananen gelegt. Bananen sind kacke. Das ist ein Fall sind Bananen kacke. Bananen sind top. Ich bin aber nicht mal. Ich habe jetzt da sind nicht doll. Oh. Wieso ist der nicht im Tor? Muss ja nicht. Muss ja nicht. Muss ja nicht. Wo bist du? Geh doch ins Tor. Geh doch ins Tor. Waluigi führt übrigens 1-0. Echt? Und das dann hat er im Tor geschossen? War das? Klick. Oh. Nix. 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 Sagst du mit Nix? Pisten. Ganz ja auch. Immer Buh. Ey, was hast du denn gegen den? Spielt ihr jetzt uns immer? Wachst du jetzt nicht? Nein, so kann man das nicht sagen. Jetzt ist es öfter. Was ist das denn für eine Gurke? Kannst du auch jetzt nicht als Gurke bezeichnen? Nee. Würde ich nie machen. Was passiert denn hier? Warum macht mein Team denn nix? Hätt er nicht abprallen können. Wieso fängt er das denn? So ist man hier. Ich habe gefurzt. Wie lahmarschig ist der denn? Nein. Oh, hat er nur. Buh, ihr habt. Nein. Oh, oh. Man, das wird so gut und keiner weiß warum. Der hat schon einen Ball durchgelassen. So gut kann das gar nicht sein. Aua. Ey, Penner. Oh. Oh, oh. So. So. Oh, faul. Ja, das ist ein Slow-Mo-Flo. Faul. Mann. Doch nicht an den. Bist du blöd. Sehr gut. Da stand auch jemand. Mann. Au. Erstmal das und dann nochmal den Ball. Mein wunderschönes Gesicht. Prioritäten setzen. Ich setze dir eine Priorität gleich sonst wohin. Und jetzt. Mensch, Valucci. Sehr gut. Und jetzt finden wir mal heraus, wie wir eigentlich passen. Sehr schön. Ich habe schon wieder gefurzt. So furzt du immer. Nur so. Ey, die Wii-Mode. Die Wii-Mode furzt? Ja, ein bisschen ja. Ey, ey, ey. Ja. Komm, hinterher, hinterher. Du kannst mein Teammate nicht einfach tacklen. Was soll denn das? Es ist alles analogisch. Schüttel hier. Meine Fresse. Wir lernen schütteln. Nein. Der war so lahmarschig und du hältst den nicht. War ein Töfter. Oh, bestraft dich selbst. War das ein Eigentor? Was? Weiß ich nicht, weil er sich selber in die Luft gejagt hat. Ich dachte, dann könnte das nicht sein. Dass er sich dafür schämt. Wow, warum? Was soll das denn werden? Dieser Backflip. Hör auf damit. Wie oft soll ich denn noch verholen? So, jetzt aber. Nein. Oh, aua. Oh, man. Eine Riesenbanane. Ich habe die genau super gelegt. Au. Was los? Super. Wie wäre es, wenn du mal passen würdest? Eine Gurke hast nah geschossen. Oh, das war dafür, dass du Gurke gesagt hast. Na komm. Oh, schönes Ding. Was war das denn? Hallo, Schiris. Hallo. Das kann ja wohl nicht sein. Komm schon. Was los. Ich tickele dich trotzdem noch weg. Mario, 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 Mario führt eine Serie mit 1,0. Da gibt es ein hologramm für. Super gut. Super gut. Ja, Höhepunkte bewusst. So, das war also das erste von maximal drei Matches. Ja. Kann ich auch da mit? Ja. Ja. Okay, okay. 40 Blutgrätschen habe ich gemacht. Du nur 39. Entschuldigung. Du bist sehr praktisch. Ich habe hier später mit angefangen. Schade, dass es werden verschiedene Felder, die man nochmal spielt. Wir können ja abbrechen und ein anderes Feld nehmen. Ja, machen wir. Oh. Einladen? Oh, ja. Come on. Ich finde den Auftritt geil. Du rechnest euch da nicht mit, weil es wahnsinnig ist, dass es etwas schief geht. Das ist ja auch nicht eine V, ich mag gar keine. So. Ey, du bist du im Arsch. So, rum. So, jetzt rüber. Du kannst doch meine Spieler nicht einfach aus der Bahn kicken. Natürlich. Von der Bahn. Bämst du? So, Monty macht das. Den habe ich eigentlich noch gehabt, beim Zufall. Pisse. Oh, direkt zwischen die. Was war das? Was? Äh, der Fernverkehr spielt also auch mit hier. Das ist genau das, was ich von dem Fußballspiel erwarte. Geheimnis cool, ey. Geheimnis cool, ey. Das ist aber nicht so geheim. Geheimnis cool, ey. Geheimnis cool, ey. Oh. Oh ja, super. Oh ja, super. Gut gemacht. Jetzt wäre es noch schön, wenn ihr auch den Ball wieder aufnehmen könnt. Ja, mit Monty machen wir das von hinten. Wow. Was? Was macht man von dem Mittelfeld aus, oder? Ja. Nicht schlecht. Frech. Voll gut. Oh, ganz schön frech. So. Nein. Oh, wie nehmen wir noch mal von hier, Mann. Au. Bitte aufnehmen. Wegschmeißen. Sehr schön. Oh, super. Sollte das ein Pass sein? Ja. Mann. Wallucci ist echt eine Schießlosche. Oh Mann. Was macht ihr da? Nochmal nachsetzen gleich. Hau die alle weg. Oh. 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 Ja, gut. Oh. Gut, Monty. Oh no. Oh. Was zum. Oh. Wie cool ist unser Verbündeter. Ja? Bestimmt. Oh, wenn du den jetzt nicht gehalten hättest. Ey. Echt drauf. So. Oh. 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 Super. Da hast du ihn ganz, ganz toll hingelegt. Hä? Ja. Ja. Versichtlichen Ballgarten? Ja. Man. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab die Bananen auch hingekackt. Völlig im Song. Was ein Traum. Alles klar. Geil. Kannst du noch was anderes außer faulen? Äh. Nein. Wieso kann ich eigentlich nicht faulen, wenn ich am Ball bin? So. Was soll das denn? Ich mach doch nix. Du bist aber auch nur alle Pissnägel. Du machst mich einfach aggressiv. Aufhören. Ja. Ich wollte auch grad drücken. So rein damit. Ja. Oh. Oh. Monty. Oh. 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 So hier Monty, mach mal. Waluchi, entweder zurück, oder komm da reingeflogen. Wow. Erstmal da hin. Dann da, dann da. Dann da. Und jetzt. Oh. Sehr gut. Gut. Oh nein. Ah. Ich wollte doch durch die Chargen. Ja mach das doch. Erstmal die hinweg. Gut gemacht Monty. Aua. Raus mit der Alten. Jawoll. Achso. Oh. Was auf dem Feld? Das sind die alle vom Brett gestrichen. Nein. Oh. Scheiße. Das war auch so ein Kullerball. Da wurde immer TÜV drüber gelobt. Guck dir das an. Alles in der Luft gekullert. Oh. Diese Reaktion. Hammer. Oh. Scheiße. Super. Ganz toll. Ja. Okay. Das ist weg, Mann. So. Mach was. Was soll der machen? Kann doch nix. Bu ist ganz toll. Oh. Oh. Daisy. Yes. Nein. Der ist das Tor. Das ist doch wichtig. Was machst du denn? Du bist schon jetzt voll. Stimmt ja gar nicht. Ah. Wo kommst du denn plötzlich her? Ja. Ein Pilz genau. Lauf, lauf, lauf. Ah. Monty. Monty. Ist das von einer? Oh. Steh doch auf. Scheiße. Mein Buch stand auf. Was willst du denn? Deine interessiert mich mal so gar nicht. Raus. Oh. Die letzten Sekunden. Komm schon, Leute. Streng euch an. Komm mal. Alles hier. Oh. Ja. Da ist wieder die. Ich fokuss an den Mufel auf dem Gamecube auch schon drauf. Hose. Gut. Auf die Runde 3. Ach so. Statistik. Ja. 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 Wie aggressiv du spielst 49. Würde ich nie machen. Aggressiv. Niemals. Interesting. Yeah. Der hat auch extra ein Addon für seine Clown. Ich glaube auch. Da 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 da. Bär. Ja, ist gut. Was die von gerade schütteln hat. Ich weiß. Schütteln. Oh Gott. Das läuft ja voll. Ach Mensch. So erstmal alles weg, Mann. Ja, da gehalten. Au. Gehalten. Mit dem Gebärarm. Luschi ist die größte Luschi hier drin, ey. Beim Schießen. Das wird es angeht. Ich hab auch krass heißen. Wemms. Ach Mann. Ich wollte gerade loslassen. Kritter weh. Mann. Monty. Bester Maulwurf. Ach scheiße. Du auch. Komm, das muss reichen von da aus. Oh. Was war das denn? Ich hab gerade oben den Geist genommen und wollte Bowser wegholzen. Hab gar nicht geguckt, was du gemacht hast. Ich hab ein Ei gelegt. Was macht ihr denn da von denen? Hahahaha. Würdest du mich verarschen? Hahahaha. Bisschen übertrieben. Weil ich sag nicht, dass es wär geschummelt. Nein, gar nicht. Ich hab ein Ei in dein Nest gelegt. Ist doch okay. Uh oh. Schon verkackt? Ihr müsst nichts machen. Ist okay. Einfach ganz langsam laufen. Und so tun als ob. Komm, du kannst noch mal. Och, Manno. Die kann nicht mehr. Bam. Och, ich darf nicht mehr mit Valuci schießen. Das geht einfach nicht. Och, Mann. Lass uns doch mal so einen Power Charge machen. Och, wann bist du... Bist du langsam... Leute, du hast verlernt, wie man läuft. Konnte das je? Ah, Alter. Au. Wie schnell stehst du denn wieder? Ich sag auf mit dem Pisschen. Wo ist der Ball überhaupt? Ach, Alter. Das hatte dich nicht zu interessieren, wo der Ball ist. Alter, wie schnell war das denn? Hallo. Tag geblasen. Lass den Ball liegen. So. Was hab ich da mal gemacht? Wie schön, als ich schießen wollte. Toll. So. Ich muss viel zu einer Marsch. Oh, nein. Nein, nein, nein. Halt die mal auf. Rein damit jetzt. Brecht ihm die Knochen. Das Knochen trocken. Brecht ihm die Knochen trocken. Äh. Also grad ein bisschen wuselig hier. Irgendwann kann das sein. Wo? Aua. Nö, nur in den Ballmetus-Schmutzkoffer. Meine Fresse. Boah, lässt dir das Tor unbewacht? Genau. Wenn das ein bisschen wuselig ist, dann kann das sein. Pass sein sollte. Ich finde das geil. So ein kleiner Bowser auf dem Holzen kann aber steht viel zu schnell wieder auf. Geh doch ins Zort zurück, Alter. Worms. Aha. Nein. Verdammt. So. 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 Wollt auch grad. Oh. Feuersturm. Ich bin ein Pokémon. What? Feuersturm und 85% Trefferwahrscheinlichkeit. Was ist jetzt los? Das war das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Aber es war nicht gut. Du musst gleich mit der Remote-Bälle aufhalten. Die was? Draufzeigen. Und mit Wehrablocken. Oder nur halten. Was weißt du das? Also nur halten, okay. Nur zeigen, ja. Und A drücken, ich weiß es nicht. Okay, mit A halten. Alles klar, cool. Gern geschehen. Du hast zwei Tore? Ja. Wie, was muss ich denn da verdrücken? Deswegen hab ich noch nicht einmal die Anzeige gesehen, die machst du die ganze Zeit. Lange gedrückt halten. Sehr lange gedrückt halten. Ach so, das klappt nur mit dem Hauptcharakter. So viel hatte ich noch in Erinnerung. Aber da ich bislang alle Spiele verloren habe, dachte ich mir den taktischen Vorteil hole ich mir. Okay. Du holst noch auf. Garantiert. Glaube ich nicht. Irgendwie bin ich hier in der Wüste nicht so gut. Hast du, ich hab' ich nicht. So, was machen wir jetzt schönes? Oh. Oh, ja. Natürlich kommt eine Bombe. Monty, was ist los mit dem? Das ist blöder Maulwurf. Nein. So, jetzt lauf. Monty. Monty. Das ist so schrecklich. Nervig. Das ist mal weg. Genau. Ich hab' auch gerade gewinnbar, was der fetteste ist, oder was? Auf geht's. Ey, so lange hast du echt nicht gedrückt halten. Lang genug. Aber es war nicht gut. Die Welle sind relativ langsam oder zu wenig, oder wie war das? Da sind nur drei. Oh. Ja, diesmal. Ah, es war doch gut. Mir gefällt es nicht, dass du das so schnell verstanden hast. Kannst knicken, ne? Scheiße. Hier, wo ist er bitte? Der ist bei dir am Torwart. In der Klaue. Nehmen wir auch Knochen im Schmutzkoffer, ey. Alter, ich nehme ihn schon, danke. Auch, ob ihr zu Bowser steht, wie es das passen sollte? Nein, ist doch egal. Müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Was war das denn? Ah! Was war das denn? Dann sind die völlig besoffen, oder was? Das sind so ein Pass? Guck mal, da kommt bei mir auch nicht so eine Anzeige. Was für eine Anzeige? Na, wie du mal hattest da mit so einem Halbkreis unter dir. Da kommt es nicht mal vorbei, wenn du ihn umgeholzt hast. Piu! Toll. Was ein Traum? Aua! Was ein Traum? Du möchtest doch ein Fazit abgeben. Ich möchte ein Fazit abgeben. Es ist sehr wuselig. Aber deswegen ist es eigentlich so schön, weil es eben so wuselig ist. Nichtsdestotrotz, die Steuerung ist ein bisschen... Man ist ständig nur im Schütteln, um zu tacklen. Das ist ein bisschen nervig auf Dauer. Die Sache mit den Supercharges finde ich eigentlich ganz cool. Das hatte ich noch als interessantes Feature in Erinnerung. Insbesondere, weil man als Torwart dann selber agieren kann und die Bälle aufhalten kann. Reelle Chancen und so. Nicht so wie mein blöder Kriter, der einfach nichts auf die Reihe kriegt und jeden Ball durchlässt. So kann man selber ein bisschen agieren. Optisch soweit ganz cool. Klar für die Wii auf jeden Fall. Optisch besser als auf der Gamecube. Also sehenswert. Spielerisch jetzt insgesamt verglichen mit den anderen. Ich würde es ungefähr auf einem Level mit der Gamecube-Version stecken. Es macht Spaß. Es ist wuselig. Es ist Nintendo. Und ich finde es auch schön, dass es noch eine größere Auswahl an Charakteren gibt. Mir hat es Spaß gemacht. Ja gut, Pro ist natürlich ein großer Vorteil mit den mehr Charakteren. Grafisch ist es dezent besser als der Gamecube-Ableger. Vorteil natürlich 16 zu 9. Das ist schon mal nett. Spielerisch, ich fand es gut und machte Laune. Ist von den drei Fußballspielen, die wir jetzt gespielt haben, für mich auf Platz 2. Das Liga-Ding ist für mich auf Platz 3 und am meisten Spaß gemacht hat man tatsächlich die Gamecube-Ableger. Weil dieses Schütteln finde ich wirklich blöd. Um den Ball abzunehmen. Du bist die ganze Zeit nur am Schütteln. Wenn das nicht wäre, sondern man das Spiel mit dem Gamecube-Controller spielen könnte, wäre das wahrscheinlich vor dem Gamecube-Teil. Aber so tut man leid, muss sich der Wii-Steuerung deswegen Punkte abziehen. Voll schade. Dein Ranking ist das hier auf 1, ja? Nee, ungefähr auf gleichem Level mit der Gamecube-Version. Okay. Ich finde die Steuerung eigentlich soweit ganz passabel, aber es nervt halt wirklich dieses Rumgeschüttel. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dir fürs Mitspielen. Sag, bis neulich. Ich danke, dass ich mitspielen durfte und ich sage tschau. Warum? Warum nicht? Darf ich nicht tschau sagen? Nein. Achso, Entschuldigung. Ich sage tschüss, Lerö. Hm.